Kacke Kacke, kacke, kacke Ich dachte, ich schaff's noch, die Abkür zum Feuer zu schalten, aber nö Ja, klingt gut an Klingt sehr gut an Hallo? Jetzt bitte Warte, scheiße Danke So Wir kennen uns aber trotzdem Das ist ein dickes Schwert in den Rücken Und vorbei Deswegen liebe ich dieses Schwert so sehr Es ist zwar einfach scheiße langsamer, aber so eine Reichweite Ein Gebet für dich Da kennst du dich Das ist nicht wahr So eine Scheiße Die ganzen Seelen weg, ey Das ärgert mich doch jetzt ein bisschen Und natürlich auch die Blut, dass sie weg ist Ach, kacke, ey Schöne, schöne, schöne Oh, fuck Die haben auch eine Wieder klarkommerate, ne Wenn du die einmal in die Fresse gehauen hast Ist einfach scheißegal Das ist einfach Drecksviecher, ey Drecksviecher, ey Ich glaube, da wäre gerade noch einer gewesen Oh, fuck Oh, fuck Das hat irgendwie auf diese Zwischenetage nochmal kommen können Du bist doch gar nicht Egal Ignorieren Oh, shit Alter 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 Ah, kotzt mich das an. Mach nochmal den ganzen Ranz. Ja, und natürlich triffst du immer. Jedes verkackte Mal triffst du mich, ey. Können wir mal mit dem Leuchtenhochstein ausprobieren. Okay, es leuchtet nicht, aber ich bin gekindelt. Okay, interessant. Schön, dass man das einfach nach 120 Stunden Dark Souls nicht weiß. Yo, raste einfach mal aus. Mann, ich kacke ab. Und so wortwörtlich. Das ist doch scheiße. Ah. Okay, ich sollte wieder überlegter und ruhiger spielen, auf jeden Fall. Warte mal, kann ich mich denn jetzt noch kindeln? Kann ich nicht einsetzen. Ja, das geht. Ich kriege wirklich zu viel bei diesen Gegnern hier. Letzendes Gebiet, ey. Ja, ich weiß aber jetzt glaube ich, dass du da bist. Wobei beim einen weiß ich auch, dass er da ist und jedes Mal trifft er mich. Ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal das hier vergesse zu machen. Ach ja, deswegen hatte ich das eine drin. Weil das ja auch als Dings gilt. Als, äh... Für extra Zeus. Klein-Drecks-Bastarde, ey. Ich hab nur auf Rollen geklickt, bin ich doof. Ja, klar, so trifft mich das auch noch. Oh, oh. Uncool. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Mein Hoch auf die Träne. Was ist denn die Dreckskacke da, ne, ey? So nervig. Und woher kommt das? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist sichen. Ah! Oh! Ihr seht's eucher. Pisser! Nein, geh weg Ich will nicht mit dir kämpfen Mann, warum kannst du denn nicht auf mich hören? Ich hab die Wachty weg Shit Warte, es waren noch drei Wo ist der dritte? Ich hab die Knappen vor Ort Passt Oh 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 Shit Dass das nicht getroffen hat, ey Ein Wunder Ja, Freunde Was passiert, wenn man Sampecker nicht ausschalten Dann klingelt er einfach mal ein 12 Wieso stehe ich mir im Wecker um 12 Uhr Ihr seid leicht dabei Bei diesem Mysterium Das ist ein Fall für irgendeine Mystery Serie Die, glaube ich, gar nicht mehr existiert Oh, ey Das ist echt Hier unten Gehen wir nicht auf den Keks, ey Du auch nicht Reicht jetzt langsam hier mit euch Ich komme schon in den nächsten Düdel, ey Okay, ich muss irgendwie daran Hoppei Hä, wo sitzt du hin? Da Nein Boah, jetzt höre der Gegner Die halten so viel aus Die letzten Gegner Die kriegen jetzt einen drauf Ja Eins Ich will trotzdem erst hier lang Aus irgendeinem Verhalten Ein kaputt Und während das Ding abklingt Kann ich ja hier mal unten Klarschiff machen Weil das Gebiet da unten Gefällt mir nicht Ich will da nicht hin Sieht scheiße aus Nein Au Boah Der Rüge hat es verstummt, ey Autsch Fuck Ungut Gibt es das Wort Ungut Oder Boah Leck mich doch, ey Kann man schreien Wo ist der jetzt runtergesprungen? Da Da oben auch Oh fuck Ich renne gegen die Wand Ich will nicht gegen die Wand Wenn du rennest du Oh shit Okay Hier in dem Gang Ist das jetzt echt doof Okay Das ist jetzt doof Shit Ja Ach man So ne Wichse, ey Dieses Gebiet ist viel zu groß Es sind viel zu viele Krasse Gegner Ja, die Was heißt krass Also einfach Gegner Die sieben Milliarden Leben haben, ey So ne Kacke, ey Zum sieben milliardsten Mal diesen Weg, ey Und gar nicht wieder unten die wichsten Riesen da besiegen, ey Oh, die geht mir das auf den Sack Da komme ich langsam wieder in den Rage-Mode, ey Dann wird alles noch schlimmer Ja, komm mir auf mich zu schubsen, ey Wie ein Gepisser muss ich erst in den Gang gehen, ey Oh, ey Du doofen Blödmänner, ey Das ist Ja, schon wieder doof Keine versteckte Wand Das wär jetzt weniger schön gewesen, ey Wenn auch immer nur versteckte Wand wär Was Positives Oh, nein Wie gibt's nicht Positives, Tobi Nichts mach ich nämlich für dich Du kriegst immer noch aus dem Maul hier bei Dark Souls, ey Meine Fresse Ihr Spacken, ne Ihr seid auch hetzend, ey Also wirklich Begegnet die Sau Sein Alter Da hat auch, äh Satan persönlich vorhelfen Wo ist denn jetzt der letzte? Da hinten Kommt man an diese Mittelebene, Alter Ich probier's jetzt einfach einmal So, du Penner Was war's für dich Das ist alles für ein Funkel, Titanino Wow Surprise Ja, ist klar Ja, ist klar Ja, ist klar Puh Er hat schon überlegt Ich schreiß jetzt einfach auf alles Ich brenne gleich einfach durch Aber es wird auch nicht funktionieren Ey, zwei Glut noch Das ist schon schlimm genug Man, Handy geht mir gar nicht auf die Dicks Alter 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 Ok, ne, das wird so nichts Das wird so ganz und gar nichts Was tue ich hier? Was mein lieben Freunde passiert? Wenn man einfach versucht durchzurennen Man macht alles schlimmer Du kannst dich auch mal Dein fucking ernst Wirklich Dein verkackter ernst Dein verkackter ernst Und deine auch Wirklich, du kommst jetzt hier hoch Dann geh ich halt runter Den schlagwerdig kassieren und den... Oh, Freunde, ich brauch erstmal wieder ne Pause Wir sind null weit gekommen Null weit gekommen Dieses DLC ist wahrscheinlich siebenmal so lang wie Arondiel Und wir sind null weit Egal, mehr Folgen für euch Ich bedanke mich hier fürs Zusehen Ich mach erstmal ne kleine Aufnehmpause Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss